Die Schale ist trunken, dann händ sie zu mir gsagt, als sie die Flasche zurückbringen holt, dann gfs mal kein Pfand, das isch eine Wegwerfflasche, das isch eine Wegwerfflasche, denn die Flasche isch nur noch zum Wegwerfen gut. Und wenn du was essen kaufst, das isch isch irgut, durchs Plasche außen rum, es kommt dann auf das Schutt, grad zum Wegwerfen, das isch zum Wegwerfen, denn das Plasche außen rum isch nur noch zum Wegwerfen gut. Und wenn du halt das Fahrrad hinsch, es dreht lager, taugt die zwei, und die Gräs gibt's nimmer als Kaffer, muss halt neiner als Fahrrad her, das halt kannst du fortschmeißen. Und halt kannst du fortschmeißen, denn das halt isch nur noch zum fortschmeißen gut. Das halt kannst du fortschmeißen, das halt kannst du fortschmeißen, denn das halt isch nur noch zum fortschmeißen gut. Doch was ich darf erzähl, isch alles ganz normal, denn wir leben ja in einer Wegwerfgesellschaft, in einer Wegwerfgesellschaft. In einer Wegwerfgesellschaft. In einer Wegwerfgesellschaft. Denn wir leben ja in einer Wegwerfgesellschaft. In einer Wegwerfgesellschaft. In einer Wegwerfgesellschaft. Letzsch hat mich einer gefragt, ob ich denn des wüsst. Er wüsst nimmer net, was eine Wegwerfgesellschaft isch, isch es was zum Wegwerfen. Isch es was zum Wegwerfen. Da hat mich gefragt, ob das was zum Wegwerfen isch. Und wenn der Johnny Hooker mir jetzt zur Orchideeht, kann jeder zu mir sagen, die Kelle, 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 hau ich wohl her. Der Blues kann schweckwerben. Der Blues kann schweckwerben. Denn der Blues, den des singst, der isch nur noch zum Wegwerfen gut. Denn der Blues, den des singst, der isch nur noch zum Wegwerfen gut. Untertitelung des ZDF, 2020